Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed 2 Mir ist ja aufgefallen, ich sag ziemlich oft nur Star Wars The Force Unleashed, aber das ist glaube ich auch überhaupt gar nicht mal so schlimm Oh, neuer Schwertkristall, da gucken wir gleich mal nach Ah Wir sind immer noch auf der Salvation, auf dem wirklich... Ey Mit dem Blaster zielen Hier So zieht man richtig, damit ihr mal Bescheid wisst hier Wo soll ich denn hin? Achso So, warte mal Ach, Halsmaul So, oh, oh, oh Oha Geh weg Ach, das waren sogar zwei Naja What soll's, war? Ach, müsste mir alle auf die Eier gehen, das ist doch unglaublich Aber das sind nicht alle tot, ne? Ich denke aber jetzt Warum kann ich hier rein? Was ist hier? Hm? Achso Ah Okay Ach komm jetzt Machen wir mal so ein bisschen hier Mach's das schon? Ihr habt's ja drauf, ey Angriff Ach guck mal, da drüben ist auch mal einer Das war mal so ein Schnipper Nein Fuck you Jetzt bin ich ja runtergefahren Das ist doch scheiße Aha Na gut, dann machen wir das so Zack, zack So Und Äh Warte mal Dich Machen wir auch mal kaputt Hier ist auch falsch Wo muss ich denn hin? Ach da Mit den Blaster zielen So Damit du mir erstmal nicht auf die Eier gehen kannst Und jetzt bist du tot Naja Hat doch super geklappt Imperiale Enterkapseln in allen Sektoren Aha Ach Kennen wir doch Kein Problem Damit werden wir fertig Nur hier Oh Der ist neu Der hat einen neuen Trick drauf Aua Hör auf mich zu hauen, Junge Mann Ich will doch da weg Warum kann ich eigentlich nicht zwischen seine Beine durch Hallo Aua So Na gut Ähm Achso Der ist schon so weit Habe ich überhaupt gar nicht gemerkt Hm Okay Ich weiß nicht welchen Sinn das jetzt hatte Dass wir unser Lichtschwert In den Boden gesteckt haben Aber es hat irgendein gemacht So Wo muss ich denn hin? Ach hier Ist natürlich recht linear Deswegen ist die Frage eigentlich total bekloppt Wo ich hin muss Aber Nein 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 Warte Hier Und Äh Hier Und Äh Hier Und Achso die anderen Kaputt Nein Hier Und Äh Nein Das geht nicht Jetzt aber Nein Nein Macht mich nicht fertig Das wäre Nicht schön Aua Fuck Ich sollte mich vielleicht erstmal um die kümmern Boah Ich bin echt tot Alter Fällt mir gerade auf Shit Nicht nur gleich Sondern jetzt Bald Sofort Demnächst Könnte man sagen Nein Ach man Was machst du denn Nimmst du erstmal gegen die hier So Nicht mich angreifen So Jetzt muss ich natürlich erstmal direkt neben ihm Ach shit Ach shit man Du Kackding Du bist scheiße So Gib mir jetzt dein Leben Nein Geht doch Nein Nein Hör auf damit Warte 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 Ach wir können jetzt zurückschmeißen Im Grunde Okay Ich brauche irgendwas was explodiert man Nicht so Wart hier Nein Ich glaube die kann ich jetzt zurückschmeißen Ne Wie scheint Ich glaube Mir interessiert das überhaupt nicht wenn ich ihn mit Sachen beschmeiße Was soll das Hier Jetzt aber Warte 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 Ich bin da Diesmal Y So Das war natürlich ganz einfach Wo war rein Aufladen Tür öffnen Gibt es hier noch irgendwas Hä Jetzt bin ich verwirrt Wann kann ich denn auch hier hin Ich muss hier kurz weg Weil es gibt Nein Jetzt komme ich hier nicht mehr raus Warte Scheiße Also das ist jetzt blöd Ne Dass ich hier nicht mehr rauskomme Man bleibt stehen Ach du bist tot Das ist doof Hä Oh Ja das hätte man sich natürlich nur denken Können Alter Ich bin über all welche Nö Hier möchte ich nicht hin Das ist mir ein bisschen zu gefährlich Und du hör auf auf mich zu schießen Das finde ich scheiße So hier Was Hier Ach da sind noch mehr Guck mal Das ist ja interessant Sind die weg Hm Naja Ach komm hier Weißt du Weg Da möchte ich jetzt nicht hin Das ist Nö Mann da ist er doch direkt neben dir Nimm ihn jetzt So geht doch Meine Güte Dann gehen wir hier durch Los Zack Zack Und nochmal Zack Und machen wir so Und Warte mal Wo ist denn der Goldene Pisser Ach da Guck mal Da ist einer Das gleiche machen wir mit dem hier auch So Und Mit dir auch So Dann geht Ihr mir schon mal nicht mehr auf die Nüsse Du bist tot Und jetzt haben wir gleich noch ihn Also Gib mir mal dein blöden Schild Ey So Weg mit dir Hier Und Hier Und Hier Habe ich noch was Weil ich schmeißen kann Doch das hier Bringt das überhaupt irgendwas Ich schmeiß einfach alles zurück Hier Hier Der brennt ja Aber ich weiß nicht was das genau bringt Ah so jetzt Können wir Ja komm schon Augen auf die Fresse War ja eigentlich War ja gar nicht so schwer Die Gegner hier zu Letten Muss ich ja sagen So Das haben wir Ach da hinten Man schmeißt es da hinten hin erstmal Mann 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 So Aufgeladen macht Tür auf Ah guck mal Da will Da wollen welche abhauen oder wie Hier Schmeiß ich trotzdem Auch wenn sie schon tot sind Kampfstationen Alle Einheiten auf Position Auf imperiale Entermannschaften vorbereiten Hm Ja wo soll ich denn hin Hoch runter Runter hoch Warte mal jetzt Keine Ahnung Ich gehe mal davon aus Dass ich hier runter muss So hier Ich denke schon Na dann Na gut Alles ist gut Ach komm her Junge Halt's Maul So Tun wir es Nein Ich möchte es mit euch nicht tun Alter Los Wir müssen Diese Waffe Kaputt machen Wah Das ist eine Waffe von uns Dann ist es doch eigentlich voll dumm Oder Naja Warte mal Warte mal Hier Und ähm Warte mal Hier So Du bist auch Rikki zucki Im Eimer Ach komm hör auf Geh weg jetzt Hier Guck mal Oh Hier sind ja noch zwei von denen Hab ich überhaupt gar nicht gesehen Das ja Muss man ja mal nur sagen Alter da kommen wir noch mehr Warte mal Nein So genau Korrekt Was Machen wir weg hier Die Prennmongos Ja Das machen wir auch nochmal Mit der Attacke Down Ich muss weg Alter wie viele sind denn von diesen Spacken da Ey Das ist doch Ja das war voll die falsche Richtung So ist richtig So Ey Na komm jetzt her So Zack Jetzt gib mir mal dein komisches Schild Das brauchst du sowieso nicht Und jetzt komm Komm Hier Du sollst brennen Oh Na das ist doof Da kann ich nichts gegen machen Junge Ach hör doch mal auf Mit dem Scheiß Du sollst deine komischen Granaten da schmeißen Hier Und hier Hör auf doch mal hier zu mir hin zu kommen Du Arschkeks So Kannst du wieder haben Kannst du wieder haben Das auch Boah Oh du gehst mir voll auf die Nüsse Mann Hier Das interessiert den überhaupt nicht Oh ich hab Eine Waffe kaputt gemacht Das tut mir ja voll leid Das wollte ich nicht So Das Ding auch kaputt gemacht So Mal kaputt hier Komm Ich halte doch Ähm Ja So geht's auch Warum denn nicht So das zu Okay Wo soll die hin Jetzt muss ich erstmal gucken wo die hin muss Ha Wir machen mal hier das Loch zu Ich weiß nicht wo die hin soll Hallo Was ist mir ohne Scheiß Wo sollen die hin Soll die da in die Waffe Nein Das wäre Quatsch Die ist ja kaputt Oder hier vielleicht rein Weil Ach ich hab keine Ahnung Er könnte sein Was anderes würde mir jetzt irgendwie nicht einfallen Musste ich mal so sagen So Aber wir probieren es einfach mal Ne Nein Hier Peng peng Achso Y Aha Was ist das denn jetzt für ein Quatsch Soll ich jetzt die Schiffe kaputt machen oder was Aha Also ich weiß ja nicht Ob das jetzt der Sinn des Ganzen war oder ist Aber ich wüsste auch nicht wo ich hier hin soll jetzt So Naja Ist natürlich sehr spannend Ich weiß nicht ob das richtig ist Zugegebenermaßen Ich glaube das ist einfach nur so Das kann nicht richtig sein Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Die müsste ja eigentlich so noch intakt sein Kriege ich das jetzt auch wieder raus Ja Ich muss vielleicht die Tür kaputt schießen Könnte doch sein Los Ach man Dann halt so Mal gucken ob das funktioniert Mann In die Richtung gehen So Puff Ah So ist das richtig Na dann Ähm Und jetzt wahrscheinlich da hoch Er muss ja ab und zu auch erstmal Äh ne Ideen bekommen haben Alles klar Und mit dieser Eilmeldung Würde ich erstmal diese Folge beenden Bedanke mich bei euch fürs Einschalten Hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Bis dahin Haut rein Leute Höhöö ö 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 öter